Ihre Spende wird weitergeleitet an Fachorganisationen in den Ländern, in denen Brot für die Welt tätig ist. Wir arbeiten nach dem sogenannten Partnerprinzip, das heißt nicht wir gehen persönlich in die Länder und sagen das und das sollte man hier tun, sondern wir haben Beziehungen zu Fachorganisationen vor Ort über Kirchen, über Netzwerke und diese Organisationen, die ihr Land kennen, die die Situation kennen, ihre Kultur, ihre Sprache, die stellen Anträge. In diesen Anträgen müssen diese Organisationen darlegen, welches Problem wollen sie bearbeiten, was wollen sie tun, um es zu lösen, mit wem wollen sie damit zusammenarbeiten und welche finanziellen Mittel benötigen sie dafür. Diese Anträge empfangen wir, die prüfen wir, da gibt es erstmal viel Austausch darüber, ergänzende Fragen, Rückfragen und auf diese Weise stellen wir sicher, dass ihre Spende so eingesetzt wird, dass sie auch wirklich einen nachweisbaren Bedarf zu lindern hilft.